Alles klar Leute, ihr seid jetzt hier Zeuge eines historischen Moments, ich ruf Ali an. Ali ist meinen Kollegen hier in München, ihr kennt ihn auf jeden Fall, er ist ein Reimgenie. Aber ich hab mir was ausgedacht, was hart zu toppen ist. Ich hab einen 16-Zeiter nur auf den Reim schubi du wap wap. Also mal sehen, was dir geht. Hallo? Hey, na? Alles klar? Ist im Norden. Ja. Ja klar, weiß noch, genau. Ja klar, schieß los. Okay, pass auf, der Scheiß geht so. Ich bin heute gut drauf, sing schubi du wap wap, weil ich mir nachts schon ein paar Groups geschnappt hab. Ich hol es nah, weil ich ne harte Jugend gehabt hab. Ist klar, dass ich mir später in der Schule verkackt hab. Aber weil ich trotzdem was aus meiner Zukunft gemacht hab. Bekomm ich den Respekt von meinem Publikum, klatsch, klatsch. Rapper sind in Gefahr, wie Deutsche Touris in Bagdad. Weil ihr bei eurer Show nach ner Minute schon schlapp macht. Und ich bleib auf der Bühne, bis das Publikum schlapp macht. Und wenn du es mir nicht glaubst, du, den Google ist Nachtjahr. Ich geh die Straße lang und Leute gucken mich an da. Sie scheiß Rassisten sind, so wie die Buren in Kapstadt. Oder vielleicht nur, weil ich lange Musik gemacht hab. In diesem Gaming seit der ersten Stunde am Start war. Der Typ, der weder live noch im Studio abfuckt. Ihr könnt den Scheiß nicht hängen, weil ich zu viel geschafft hab. Derbe. Derbe für den Arsch. Also den 16-Seiler, Digga. Kannst du den toppen, oder? Ja. Ob ich das toppen kann? Schwierig, schwierig. Also ich hab grad bei der Zwischenzeit, wo du mir gerade jetzt gerappt hast, hab ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Hab die mal kurz zusammengetragen. Willst du mal hören? Ja? Okay, gut. Okay, alles klar. Pass auf. Okay. Ich fang so an. Ich sag, ihr seid wie Guthaben, weil ich euch im Minutentakt platt mach. So krieg ich gute Laune und sing schubidu wap bap. Du wirst von der Backup bei den Cureys gekackt blackt. Kein Wunder, dass ich mich über die Rookies hier schlapp lach. Zu viele Sackratten und Noobies und Lackachten. Doch Rap und ich gehörn zusammen wie Boobies und Buttplugs. Du willst mir jetzt sagen, ich bin Hurensohn, ach was? Doch du bist ein Waschlappen, mein Zug, du bist Schachmann. Glaub mir, Junge, das geht wirklich zu wie du zack, zack. Und du bist der Beweis, dass unsere Jugend verkackt hat. Deine Cure ist ein Abklatsch von Looney Tune, Sui Boo, Scooby Doo. Und trifft sich so wie Schwule am Rastplatz. Uchi, Wali, Uchi, Mamis, rufen Ali. Guten Abend, Uchi, wie du schaffst, das ist gut, wie du das machst. Im Nu ohne Kraftakt liegt nachts wach. Wenn ich mal schweiß meine Tränen und man blut in den Takt pack. Yeah. Ja, krasser Part, Digga, richtig, richtig krasser Part auf jeden Fall. Scheiße, du bist der Man, was dieser Reimer angeht und so, ist richtig krass, Digga. Du wirst auch immer besser auf jeden Fall. Album kommt jetzt ja auch diese Woche Freitag raus, ne? Ja, Mann, genau. Das Album kommt jetzt dann auch bald raus. Wird den Leuten auf jeden Fall gefallen, ich bin ja auch zweimal drauf auf jeden Fall. Allein deshalb. Ah, die Songs sind auch derbe geworden mit dir, ja? Ja, okay, Digga, auf jeden Fall. Dann mach's gut, ja? Was für ein Idiot. Das Album. Vielen Dank.